Ich komme hier bei Skifahren heute für den Sommer und zuerst wollte ich nach dem Ski rangehen, aber dann hörte ich, dass man Skifahren kann in Afrika und dann habe ich kein E-Mail geschrieben und ich habe gesagt, ich kann kommen. Die Qualität ist, denke ich, sicher gut. Es ist sicher ein grosses Potenzial da. Es braucht sicher sehr viel Training, bis man auf dem Level ist, wie in Europa oder in Amerika, aber es kommt schon.